Tanzen im Hotel. Am 21. Juni sind die Tanzfans zur Ü30 die schöne Tanzparty eingeladen. Ab 20 Uhr wird im Menha Hotel in Bessau-Roslo das Tanzbein geschwungen. Auf sechs Erlebnisflors und mit einer Cocktailbar auf der Dachterrasse hat der Event sein eigenes Flair. Und selbst für die Fußballfans ist gesorgt, denn das WM-Gruppenspiel Deutschland gegen Ghana kann in der Public Viewing Area geschaut werden. Nicht vergessen Ü30, die schöne Tanzparty am 21. Juni im Menha Hotel mit Salsa, Charge, Discofox und der Besten der 70er, 80er und 90er.